Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Läuft die Aufnahmesoftware parallel zur Aufnahme? Jetzt zum Beispiel musst du Jack the Lions komplett ohne Aufnahme laufen lassen, weil die Aufnahme nicht funktioniert hat. Mal gucken, wie es heute läuft. Hallo, ich habe gerade deine Nasenhaare beobachtet. Und? Was haben die Nasenhaare gesagt? Die sind ziemlich lang. Du brauchst, glaube ich, mal in diesem Leben einen Nasenhaarschneider. Also ihr könnt gerne vorgehen. Ich bin auch immer so lieb. Du hast immer noch das Thermometer. Ja und? Ja, damit heißt es, dass du vorgehen musst. Nee. Doch. Scheiß mich ein. Hallo. Hallo, hallo. Es wird höher. Wo seid ihr? Warnlos? Ah, hier liegt das auf dem Boden. Knochen. Hallo, ich will. Ich will. Was hab ich? Und? Ich hab Knochen, ich hab Knochen. Jetzt hier wird's auch wärmer. Wo nix da drauf? Hallo? Also in dem Badezimmer war er auch nicht, da hat er geguckt. Denkram, Papa, nicht vorlesen. Geist du Opfer, sei hier. Du Opfer? Du Opfer? Sei hier gesagt. Ich hatte es erwartet, du nennst den Brutchen. Papa. Ja. Hab ich schon gefragt. Papa, komm gleich guter und klatsch dir eine. Ist das ein Mädel oder ein Junge? Ah, es geht runter. Es geht hier runter. Guck mal hier. Bring doch was. Es geht hier runter, Leute. Alea, stell dich bitte in die Tür. Hallo, lieber Geist. Bitte seid nett zu uns, lieber Geist. Also EMF hab ich noch nicht. Ey, ich schwörg dir. Du übertreib. Nichts singen. Jetzt kriegen wir noch ein Copyright Claim. Hilfe. Ey, Hilfe. Kann man die aufmachen? Wo ist die Temperatur? Fünf. Ich hab einen Fünfer Ausschlag. Hallo, lieber Geist. Alle, ihr stellt schon die Drecks Tür. Das bringt nichts, Karina. Hallo, Geist. Geist. Bist du hier? Meine Nase läuft bei dir. Meine Nase juckt gleich. Geist, schreib in das Buch. Wie geht's dir heute, Geist? Wie machst du die Temperatur? Fast auf fünf. Geist, schreib in das Buch. Ist es jetzt fünf? Ich meine, es wird hier nicht richtig kalt, aber ich hab auf jeden Fall eine fünf. Ja, ich hab auch fünf. Geist, schreib in das Buch. Hallo, Geist. Möchtest du hier mal irgendwas umwerfen, damit wir wissen, dass du da bist? Nix. Ich glaub, da ist ein Flur, weil am Flur sieht es kalter aus, da kommt so Kältescheiß. Ja, auch. Geist, schreib in das Buch. Also es sind jetzt drei Striche unter fünf. Also es ist Minusgrade. Nein, drei Striche unter fünf sind nochmal zwei Grad. Geist, schreib in das Buch. Das Licht flackert immer in deinem Raum im Flur. Okay. Ja, geht, Kinders, ich kann nichts feststellen. Ja, ihr müsst vorgehen, ich halt grad die Tür für uns auf. Carina. Aha, jetzt, Licht hat geflackert. Geist. 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 Schreib in das Buch. Bist du da? Da kann ich gleich wieder sterben. Oder schreit. Ein zum beiden. Bist du Nancy? Alea! Lebensmüde! Papa hat das letzte Mal gemacht und wir sind gestorben. Geist. Schreib in das Buch. Ey, es flackert schon wieder. Geist. Ist triggert. Ist triggert. Also ne, es bleibt noch immer in der Mitte. Aufgewohnung. Also nicht unter null. Nein. Geist. Schreib in das Buch. Er hat irgendwie keinen Bock, irgendwas zu machen. Sollen wir was anderes versuchen? Was denn? Ja, ich weiß nicht. Sollen wir zurück zum Auto gehen und ein anderes Equipment holen? Warten kurz. Geht weiter runter die Kälte. Geist. 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 Schreib in das Buch. da flackert das licht wieder geist schreibt in das buch ja ich habe was war das geist bist du hier lehrte bloß das ding doch ja nicht mehr ja nicht die ganze zeit aber immer wieder mal benutzen meine frage der hat geredet ich hab ihn abgehört ok dann gehen wir mal besser raus wir gehen mal sicher zu haben raus er soll es mittlerweile wissen ich hab's richtig laut neben mir auch kinder die war doch erst bei acht ok für mf war auf jeden fall schon mal checkt also das heißt wir hatten auf jeden fall mf level 5 das hat auf jeden fall funktioniert ich nehme mal die fucking bewegungssensoren da wenn man bewegungssensoren mit pappaa was denn da sagt man nicht ok ich habe blaues licht ok komm komm let's go alle ja komm nicht tanzen komm tanzen 1 komm abc d es alle ja ok da ist schon wieder eine tür gegangen ja er hat versucht gerade diese tür zu machen geist das nicht so toll bist du hier ja 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 ich habe auch so schnell wieder an runter zu gehen gibt es hier noch einen nebenraum keine ahnung warte ich geh ich zumal hier den sensor hier in dem flur ja so wenn er jetzt durch den flur geht müssten wir eine warnung kriegen geist bist du da wieso geht das licht nicht aus also finde ich nicht so sympathisch ich auch nicht ich muss ja mal nach links gucken ob es dir irgendwo handabdrücke gibt oder sowas lass mich doch nicht hier allein in so ne dann komm doch mit hier handabdrücke oder so sehe ich hier nirgendwo ah wieder irgendwas was sich bewegt hat also handabdrücke sind hier keine oder warte guck mal hier an der tür auch nicht war nichts habe ich ja gemacht hat er gerade das licht ausgemacht oder du ne ich ich weiß nicht ob man das sieht es die fingerabdrücke mit licht an ja ich glaube schon geist schreibe das buch schreib deine memoiren oder eine geschichte vielleicht auch ein witz ein limmerick oder eine quizfrage hallo geist ich putze mir jetzt die nase also sei so lieb und komm nicht Leute die Tür ist durch mich gekommen ja war ein starker geist geist schreib in das buch ich bin durchgesteckt warum ich knallte die Tür ist durch mich durch da ist schreib in das buch hier wird es aber auch nicht kälter doch jetzt wird es wieder kälter auf jeden fall wandert im haus geist tu mal irgendetwas weil uns ist langweilig weil du nichts tust nicht so toll ey guys bitte komm mal nicht ich hab Toast ich will was trinken so ein schluck oder so ist hier jemand ja ich so Kinder jetzt können wir wieder atmen jetzt können wir weiterspielen da war schon wieder eine Tür hallo geist möchtest du mal mit mir reden ich glaub der Sensor wurde gerade ausgelöst du musst auch anlassen sonst kann er ja nicht antworten hallo geist möchtest du mit mir reden ah das war da mein Bein ey geist klopf etwas warum immer bei mir im Zimmer immer fliegen die Fischer bei mir rein guys knock on something was bedeutet das vielleicht sind wir doch im falschen Raum wir sind selbst im falschen Raum hey aber hier wird es doch kälter ja aber vielleicht ist es nicht sein Zentrum vielleicht ist das ein Raum weiter es ist auf jeden Fall bei null geblieben vielleicht ist der Raum wie immer hallo aber nicht schön gemacht also ne hier wird die Temperatur höher hallo 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 liebe Motte möchtest du von meinen Beinen mal weg verschwinden danke schön hier wird die Temperatur auch höher ey Junge die macht mich grad richtig aggressiv hier wird sie auch höher ist sicher Doktor Motte ne ist bestimmt die Motte die ich bei Michaela gerettet habe die ist jetzt anhänglich geworden mhm hier wird sie auch höher hier geht immer das Licht wieder aus ich krieg immer einen Halmherz weil der sieht doch immer aus wie Hitler da bleib ich bei hier wird es auch höher komm her komm der ist safe im Keller ne guter nicht hast du den Keller bleib ich weil ihr müsst auch mal dran denken das Licht auszumachen weil je nachdem mit was für ein Geist wir es zu tun haben ernährt er sich ja von Strom um und umso mehr Licht du anlässt umso aggressiver wird der halt dann kommt der wieder hin also hier war auch nicht kälter ne mhm da geht es runter das ich bin nicht ich bin komplett unsympathisch so ne mach ich das Licht anmachen ich will Autoschlüssel ich hab die Autoschlüssel wie du gemerkt hast ich wollt grad sagen ich dachte grad auch deswegen ob was passiert wenn ich auf diese Rechte drehe ob ich sie dann in die Flüge trüge ne schau du ist das einfach die Autoschlüssel ich hab sie gefunden ist hier kälter ne hier bleibt es bei 20 tja da werden wir doch mal runter müssen nein mama nein ich glaub wir werden sterben das ist so ekelhaft das ist so ekelhaft hier unten zu chillen da hat man schön ein Auge auf die Temperatur damit wir wissen ob wir hier chillen können ich hab dir die ganze Zeit in der Hand hier bleibt es gleich ja ne dann war das schon der richtige Raum also dass ich hier in der Wand vorstellt hallo geht's dir gut bist du da wird ne ich hab grad das kann hingehen dieses Geräusch davon die sind nicht gemessen die sind nicht gemessen nein da ist es hallo Herr Geist wir sind wieder da was geht ab hoffentlich da hat was gekichert da hat was gekichert da hat was gekichert geist schreib in das Buch geiler bist du dumm ok wir gehen raus das war cool das war ich hab so ne Ahnung dass es die Zwillinge waren nein es war nur eine Stimme das war nicht deine Freundin nein bist du dir ganz sicher ja sie sitzt da ganz hoch ah der Bewegungssensor hat anscheinend ausgelöst weil hier stelle Anwesenheit eines Geistes an die Bewegungssensors fest warum antwortete sich das denn sonst nicht weiß ich nicht ich dachte eigentlich da wird piepsen also das ultraviolette Licht können wir komplett weg streichen da war auf jeden Fall nichts Geisterbuch ja das hat man ok also ultraviolett was nicht Geisterbox hat man ja auch nicht also auch weg streichen ja aber hey der hat doch mit uns geredet ja die Kirche hat aber noch nicht geredet das trotzdem das zählt nein finde ich schon finde ich aber nicht also der hat normalerweise müsste der Geisterorb und der Dotz den müsste dann auf den anschlagen weil dann wäre es dann wieder ein Reitscher also ich kann noch mal die Kamera benutzen was ist denn ein Reitscher? ein Reitscher? ähh... wo ist er denn? ein Reitschuh ein Reitschuh ist ein Dämon der sich von extra Stromfluss ernährt obwohl sie an allgemein ruhig sind können sie aggressiv werden wenn die Elektrizität sie überlädt so das heißt das Licht ging ja an und aus das wird ja auch dafür zählen dass es ein Reitscher ist ja wir können das mit dem Geisterorb noch probieren der Dotz Projekte ist der Laserstrahl Dings da hat es also ausgeschlagen? nee dann musst du eine Projektion haben da drin dann müsstest du was sehen damit also irgendeine Form erkennen ich habe das doch nie gesehen ja ah dann check ich das ab Aleja nimm du mal die Fotokamera mit hab ich doch achso ok hab ich doch in meiner Hand auf mich doch in meiner Hand m und m hallo lang hallo hallo ja das war ich bischö? hallo geil natürlich bist du da ich will ja den Geisterorb sehen also muss ja dunkler machen hallo Geist ich habe Schritte gehört wer war das? hm wir waren es nicht Geist bist du da? ja ich tapp mich ein wie immer wirf etwas um Geist wirf etwas um wirf etwas um Anja hast du was zu trinken für mich? Geist wirf etwas um Geist sollen wir vielleicht nochmal in den Raum gehen dann vielleicht kommt der ja dann dann kann ich vielleicht gucken und mit du warst das oder? ja natürlich hallo Geist der Laserprojektor funktioniert bei mich nicht wenn Licht an ist der Laserprojektor funktioniert bei mich nicht wenn Licht an ist Geist bist du hier? ich habe die Tür auch so sehr aufgemacht warsch tu etwas das wird nichts bringen wenn ich in der Tür stehe Geist das wird nichts bringen wenn ich in der Tür stehe gib uns ein Zeichen das ist ein Zeichen da vor der Blatt äh dem äh dem Zimmer flackert Licht hier? nein Fehlerzimmer ja ja sag ich ja hier und end ich bleib dabei dass ich sie jetzt enden nenn Bist du ein Kind bist du ein Kind? frag mal bist du ein Kind? bist du ein Kind? soll ich Licht ausbauen? Geist gib uns ein Zeichen ja mach mal Licht aus ich schau es mich gleich ein Geist sprich mit uns Geist sprich mit uns Geist sprich mit uns Irgendwo ist gerade was umgefallen. Ein Buch oder so. Hier nicht. Ich habe was umgefallen gehört, deswegen. Du musst der Baustein hier nicht woanders, also irgendwie hinter dir die Bausteinchen. Der Teddy. Der Teddy ist runtergefallen. Ah, okay. Jetzt wusste ich nicht mehr. Ich habe was runtergefallen gehört, das hätte er schlichter gemacht. Ich habe wieder ausgemacht. Er wirft mit dem Teddy um sich. Warum schmeißt du den Teddy auf mich? Leute, er hat was gegen mich. Ich sehe schon. Willst du den Teddy zurückwerfen? Geht gar nicht. Hm, Mama. Geist, was sollen wir machen? Geist, zeig dich uns. Können wir sonst noch mal rausgehen und mal gucken, ob da noch was steht? Ja, können wir machen. Er ist auf jeden Fall nicht besonders kommunikativ, der Geist. Egal, was wir machen, also irgendwie kriegen wir ja... Also, er ist da, ne? Also, Sanity reagiert ja mit Sex. Also, so ist es ja nicht. Er reagiert auf Einzelpersonen. Der Robin. Das heißt, ich soll mal alleine da rein? Ich sehe schon, dann sterbe ich. Hm, deswegen nein. Sagen wir mal seinen Namen sagen? Wir wissen ja gar nicht, wer das ist. Natürlich, steht doch da Fall 012 Robin Buckley. Ach so, Robin Buckley. Na, versuchen wir es. Ich dachte nicht, ob das gut enden wird. Nö, wahrscheinlich nicht. Sagen wir es dann wirklich klappen? Ja. Hat denn die Tür zugemacht? Ja, Geist wahrscheinlich. Geist, bist du Robin Buckley? Nö, hab ich so Angst. Oh, da war wieder eine Tür zu hören. Geist, bist du männlich? Geist, bist du Robin Buckley? Okay. Der Geist ist im Zimmer. Ich hab den auch gerade gesehen. Ich hab so eine kleine Gestalt bei Alea gerade rumfliegen gesehen. Ja, okay. Dann hat er dort das Projekt war ja. Dann würde ich sagen, haben wir ein Endergebnis. Versuchen wir es. Nö. Ja, ich muss den Sensor nicht noch mitnehmen, ja? Also, einer muss den Sensor mitnehmen. Alea, schnell. Ja, wieso haben wir denn dann ein Ergebnis? Wir haben ein Gespenst. Oh, nie und Raju. Nee, wieso? Habt ihr denn im Sensor mit? Nee, ich hab alles voll. Deswegen, was heißt hier Alea schnell? Ja, scheiße! Nein, lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Kann jemand die Tür aufmachen? Papa! Der ist offen. Ja, ich komm. Boah, hat er mich gerade angegriffen. Oh, ich hab mich voll erschrocken, hey. Voller Kanne. Okay, es ist Robin Buckley. Sei jetzt einfach mal da, ganz klar gesagt. Sei da hab ich gesagt? Nee, aber da hat er jetzt jetzt darauf reagiert. Alea, wir haben eben FK, wir hatten keinen Ultraviolett, wir haben keinen Geisterbuch, hatten keine gefrierte Repartoren, kein Geisterbox. Wir hatten aber den Docks Projektor. Ne, also von daher ist es ein Reitschuh. Ja. Meine ich auch, soll ich weg? Soll ich das zumachen? Ja. Oder Alea? Ich weiß nicht, was wir sonst noch probieren sollen. Er reagiert ja auf nicht wirklich irgendetwas. Außer jetzt gerade. Weil ich alleine war, logischerweise. Soll ich das zumachen? Du bist eine volle Kanne hier, weil ich allein reingegangen bin. Oh Mann. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe mir gerade in die Hose gepipit. Ne, das war ein Gespenst. Wir waren wieder daneben. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Hä? Nicht im Ernst. Ich weiß nicht, was wir falsch machen. Muss ich jetzt echt sagen. Nein. War ein Gespenst. Hallo, Leute. Hallo? Ja, was ist denn? Ja. Wir hören dich aber. Ja. Wir hören dich aber. Hallo? Ja. Also der hätte auf die Geisterbox reagieren müssen. Ja. Ja. Falsch. Einen Geisterop hatten wir ja nicht. Und da hätte der Dotz-Projekt aufgepasst. War so. Ja, war jetzt ein Faktor. Das war irgendwie hat er ja auf der Geisterbox nicht gesprochen, ne? Ja, aber ich würde sagen, das zählt. Das war ein einziges Ding. Und wir haben uns ja ehrlich bemüht, oder? Sagt was. Sollen wir nochmal? Oder? Gilt es als geschafft? Falls jemand zuschaut, was ist denn eure Meinung? Gilt es als geschafft? Oder sollen wir nochmal rein? Nein. Wer sagt ihr was? Knopf nervt, das sage ich. Was? Knopf nervt. Das habe ich verstanden. Ich sag doch, das Lachen zählt als Geisterbox. Nein, das zählte nicht als Geisterbox, Carina. also noch mal den level oder sagen wir es geschafft weil wir ja nur um einen punkt daneben lagen ja dann machen wir das seht ihr aber erst in der nächsten folge das ist egal ich habe es gerade nicht gehört deswegen